Kennst du den Hüfte? Nein. Drehung nach links. Hinsicht. Hals nach links. Husten kann man nach links von dem Hüfte? Steigen die wichtig. Und Arm durchrücken, Hände wieder zum Körper und Rundposition aufheben, beide Strecken, nur die beiden Strecken, jetzt heben wir die Rotation im Oberkörper auf, wir drehen es noch rechts, rücken und setzen den Oberkörper zurück auf die Hüfte im Rücken. Und Muska zurückdrehen, Schatz, dass du damit wieder rechts ziehst. Und Muska ein bisschen umsetzen. Heiß zurückdrehen, muss jetzt ganz gerne bewegen. Heiß zurückdrehen, macht den Kopf. Und Kopf zurückdrehen. Und der Kopf. Oh, mein Gott.